Musik Es hatte tatsächlich schon die Zeit, heute Morgen eine 8 Uhr, wenn wir aufgefahren sind, vereinzelt natürlich. Die Leute sind meistens am ersten Mal gekommen und sie tröpfeln jetzt langsam ein. Und ich denke, nach dem Bürober wird sie noch eine große Anstrengung geben. Musik Die Tramps in the corner love to twist and shout Die meisten stellen das Zelt auf und gehen dorthin. Einfach, damit sie guten Zeltplatz haben, und ich wünsche mir, sie müssen sich extrem schnacken. Musik 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 Ich komme immer davon, wenn man schlafen will, dann sicher nicht hier in der Neue für die Strasse. Da kommt man garantiert nicht zum Schlafen. Dann ist hinten und unten im Naturschutzgebiet, also neben dem Naturschutzgebiet, jetzt ist es sehr ruhig, mit der Familie und den Kindern. Und wenn man fährt, dann in die Richtung, also den richtigen Schützenplatz auf. oder die Strasse entlang, wie da läuft viele 20 Stunden etwas.